Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Saka und wir sind hier in Dead Effect. Der Ton ist gerade ein bisschen laut, den muss ich gleich leiser stellen. Und wir können hier unseren Schwierigkeitsgrad aussuchen. Höllisch ist vielleicht zu schwer, ich hatte auch normal schon, mittel schon, bei Kapitel 5 Probleme. Sonst ging eigentlich alles echt laufschwer. Musik Der Ton ist sehr laut. Und das entschuldigt mich, sobald der Balken vollgeladen ist, mache ich leiser. Musik 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 Quasi unsere komplette Aufnahmzeit geht da durch den Arsch durch den Ladeballen. Aber egal, das ist dann halt ne Folge, die länger geht. 60 FPS. Ah, voll. So, der Ton ist leiser, das freut mich. Äh, ja. Okay, die Frau kann euch lauter sprechen. Ich weiß nicht, was denn das Musiklotscher Sprachlautstärke ist, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich Dead Effect schon mal gespielt. Und ich werde jetzt mit euch nochmal durchspielen. Ich habe auch keine Waffe und kein gar nichts, das ist ja mal toll. Ja, ja. Taste. Ich höre schon irgendwo was. Wir kriegen sicherlich gleich Besuch. Die Kohle nehme ich mit. Oh, hier ist ne Frau gestorben, äh, am Schreien. Hey man, das ist gar kein Mann. Das sind Zombies, die deine Frau den Kopf abgebissen haben. Und die Arme. Ah, nein. Du auch, du auch, du auch, du auch. Glücker Ziel, hol eine Pistole. Man, oh, man, oh. Das war falsch. Ich bin immer eh gedrückt. Gewöhnt, äh, gewohnt, äh. Ja. Ne Pistole. Da schreit wer. Nicht unser Problem. Ah. Aua, aua. Boah. Ey, 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 weg, weg, weg. Alter. Warum wechselt sich die Scheiße immer auf? Kopfpistole. So, Kopf weg. So gehört sich das. Dass der ganze Kopf verplatzt. So gehört sich das. Beenden. Ich hab keinen Bock zu lesen. Tut mir sehr leid, aber... Ich hab keinen Bock auf euch. Ich hab keinen Bock auf euch. Entschuldigung, dass ich hier ein bisschen durchrasche. Aber ich hab keinen Bock jetzt schon zu fehlen. Das sind mir zu viele. Alter, nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich hab auch keine Granaten. Ich hab ein riesiges Problem. Bitte. Ah, ich hab verkackt. Juhu. Entschuldigung, ich hab einen Schleuch. Äh, mal ein bisschen zurück. Äh, ein bisschen. Ah, ein Dreck. Ich muss mir mal eine neue holen. Dass der sich immer setzt, wechselt, keine Ahnung. Oh. Alter Vater natürlich waren wir wiederbeleben ich würde das eigentlich nicht so oft machen aber die erste Map können wir nicht sterben wo geht es hier weiter Hallo Ausgang ich kümmere mich um die Kisten irgendwann nochmal ganz ehrlich ich weiß nicht wo es Hallo Dani Leute begrüßt Dani im Let's Play ja du störst doch nicht ich habe zwar nicht angekündigt dass du irgendwann kommst aber wird schon schief gehen man ich sehe gar nichts F war Taschenlampe ne ja F da wird jemand gefressen oder Ausgang so auch schwer der Erfolg ja wir waren hier jetzt nicht die Besten aber besser als gar nichts wir sehen uns dann in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Dead Space finden ihr wieder wenn ihr welche sehen wollt die aufgefressen werden wo der Kopf dann auch wegfliegt dann gibt dem Video doch einen Daumen nach oben wenn nicht dann braucht ihr euch nie wieder blicken zu lassen bis zum nächsten Mal Tschö B birds nicht oder Vielen Dank.